Mario, ich habe die Prinzessin... Warte Sekunde! Du! Du! Was zur Hölle ist dein Problem? Du blöde Fotze! Wow, du bist richtig wütend. Das wievielte Mal ist das? Macht es dich etwa geil, immer wieder gefangen zu werden? Du dumme Schlampe! Beruhig dich, Mario. Wenigst du etwa, ich habe kein Leben? Glaubst du nicht, dass ich schon genug mit Scheiße zu tun habe? Ich bin ein gottverdammter Klampner! Soll ich vielleicht draußen warten, oder? Ich habe so viele verkackte Schuldkröten getötet! Wenn ich noch eine sehe! Gott, diese verdammten Schwurte! Die trinken auch nur ihren Job! Dir habe ich noch gar nicht angefangen! Du fetter Fickfehler! Du glaubst, ich bin fat? Das ist das allerletzte Mal! Das letzte, gottverdammte Mal! An dem ich deinen verblödeten Arsch rette! Wir gehen jetzt nach Hause und rate, was du lutscht! Meine Eier! Und wann, ähm, wann kämpfen wir jetzt? Wenn du unbedingt kämpfen willst, dann geh zu meinem gehirnabbrotierten Bruder! Diese ganze Scheiße macht mich noch krank! Fuck!